Hallo, ich bin Markus, 46 Jahre alt, komme aus dem Bezirk Deutschlandsberg in der Steiermark. Als Hobby stehe ich als Statist auf der Bühne und freue mich heute schon aufs Einkaufen. Markus ist unser Superkunde der Woche. Er hat 15 Minuten Zeit und 200 Euro zur Verfügung. Das Motto diesmal lautet praktischer Freizeitlook. Bei Personalshop gibt es Markenartikel zu Bestpreisen. Markus durchsucht das Angebot nach den perfekten Teilen. Was ist dir denn bei deinem Freizeitoutfit am wichtigsten? Am wichtigsten ist eigentlich, dass es bequem ist und dass es vielleicht ein bisschen einen Stretchanteil hat, damit wenn man auf der Couch sitzt zum Beispiel, dass es nicht überall spannt. Das schaute schon ziemlich gut aus, nur die Farbe ist glaube ich nicht so meine. Aber direkt daneben hängt etwas ziemlich Gutes. Bei den Schuhen ist mir vor allem wichtig, dass sie bequem sind, dass man längere Spaziergänge damit machen kann, dass man nicht gleich Schmerzen hat in den Füßen, wenn man mal ein bisschen länger unterwegs ist. Die schauen auch schon mal ziemlich gut aus. Vom Design her mal gut. Und wasserabweisend sind sie auch, das heißt man kann auch mal im Regen spazieren gehen. Ich glaube, die werde ich nehmen. Ich brauche nur noch meine Größe. Da ist sie schon. Perfekt. Weiter geht's in der Hosenabteilung. Auch hier wird Markus schnell fündig. Was fehlt jetzt noch? Jetzt brauche ich noch was zum drüberziehen. Ich glaube, Vlies wird sich das echt anbieten. Ja, das ist glaube ich gut. Da kann man auch mal im Wind spazieren gehen. Blau ist glaube ich meine Farbe. Perfekt. Die Zeit ist um. Welche Teile hast du ausgewählt? Wir haben jetzt für dieses Polisher, den Grau entschieden. Er hat eine neutrale Farbe, das heißt man kann es auch super mit anderen Sachen kombinieren. Das gefällt mir sehr. Für drüber haben wir dann entschieden, für dieses dunkelblaue Vlies. Da kann man auch mal ein bisschen länger draußen unterwegs sein, wenn es ein bisschen kühler ist oder wenn es windig ist. Dann haben wir für diese Hose entschieden, die mir von der Farbe her sehr gut gefällt und die einen recht starken Stoff hat. So, dass man auch mal ein bisschen was damit heimwerken kann, ohne dass man gleich Angst haben muss, dass irgendwas kaputt geht. Und dann habe ich noch für die Schuhe von Dachstern entschieden. Das ist immer eine gute Wahl. Die sind wasserabweisend und dafür, dass sie so super bequem sind, sind sie einfach irrsinnig leicht. Das klingt ja schon mal super. Ab in die Kabine und rein ins Outfit. Super schaut das aus. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl. Das Polo-Shirt sitzt echt gut, hat ein bisschen mit dem Stretch, ist bequem auf der Couch. Mit der Weste kann man mal im Winter spazieren gehen, ohne dass ihm gleich cold wird. Die Hosen hat eine super Farbe, ist echt bequem. Und mit den Schuhen, glaube ich, kann man echt lange Spaziergänge machen, ohne dass die Füße zum Weton anfangen. Echt perfekt. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl. Die Aufgabe ist bestanden. Markus darf das Outfit mit nach Hause nehmen. Das ist mein Einkauf, den ich heute getätigt habe. Es war super unkompliziert, schnell gegangen, perfektes Einkaufserlebnis. Jetzt freue ich mich aufs Anziehen.